Werner, Timo, Zwölf, Reisinger, Georg, Siebenundzwanzig, Hallo, Reisinger, Lutz, Lutz-Jongen, Nummer Vier. Also jetzt geht es wieder darum, hier die beste Position sich zu erkämpfen, wenn es dann zum ersten Mal reingeht ins Gelände. Hopp, Gabriel! Dass da aber keiner mit Unterlenker fährt. Hier ist doch... Aber nie so gut wie hier. War die Strecke noch nie. ja, 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 ja! Auf! 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 Wir haben den Karten wieder aufgebaut. Die Tür hat der Asche raus. Komm raus, rüber! Hup, hup! Hup, hup! Hup, hup! Wir haben ja auch. Wir haben ja auch. Aber... Hopp, passenger. Hopp! Hup! Hopp, passenger. Hopp, passenger. давай, auf! Auf geht's, auf, auf! Hey, jetzt hat er auch noch, guck mal, jetzt hat er auch noch rausgefahren. Auf Rang 2, tolles Duell haben sie sich geliefert. Bis zum Schluss war es spannend, Matthias Laskowski, R10, 1913, Wendelstein e.V. Und auf Rang 3 haben wir im Rennen der Seniorenklasse 2 ein eiser Kandidat auf den bahnwürttembergischen Meistertitel in Kürze. Wir haben mit einem Disziplin Applaus für die Stadt Nummer 7, Siegfried Röndle, NTP Tech e.V. Herzlichen Glückwunsch den drei Podiumskandidaten hier vor unserer Sponsorenmann. Die Glückwünsche von den Verantwortlichen des RV Pfeil Magstadt. Und jetzt hier fürs Siegerfoto. Für die weiblichen Fahrerinnen, Frauen und Juniorinnen. Und auf geht's über die Piste. Und oben läuft, wie gehabt, die Zeit und die Rundenzeit der ersten. Von der Garten, von der Garten, und den Dchsle in der Garten sind. Und oben läuft, wie gesagt, die Garten immer wieder. Und danach besteht ein Schreif. Und dann läuft auch die Garten ein. Und dann läuft, wie gesagt, die Garten kann ich nicht. Und dann läuft und der Garten können Siegfried Röndle, die estão in der Garten zu gehen. Und dann läuft, wie gesagt, jetzt hier. Und dann läuft es noch nicht so. Das Rennen hier im Jontrasaal, so geht auch sein Konto. Und damit kann er natürlich heute ein paar... Nun geht es also ins Gelände, an der Spitze mit der Startnummer 4, Felix Drumm von Cycles Team, Junior Team und... Und damit kann er auch noch ein paar... Halt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020